Hallo, mein Name ist Stella Petric. Ich arbeite an der Medizinischen Universität als Graz und mache hier meine Lehre als Naborstechnikerin. Den Beruf habe ich deswegen gewählt, weil er so viele verschiedene Sachen mit beinhaltet, die mich sehr begeistern. Einerseits eben organisatorische Tätigkeiten, andererseits eben allgemeinere Tätigkeiten, wie zum Beispiel aufräumen oder gelegentlich putzen, aber auch eben sehr, sehr, sehr interessante Sachen, die man bei der Wissenschaft lernen kann und wo ich sehr interessanten Leuten dabei zuschauen kann, wie sie ihre Träume verfolgen können. Und was bedeutet es eigentlich, eine Labortechnikerin zu sein? Also es ist, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr verschieden, was ich am Tag mache, aber hauptsächlich beginne ich meinen Tag mit allgemeinen Tätigkeiten, Spitzen nachschrecken, schauen, dass unsere Materialien vorhanden sind, dass wir alles haben, damit jeder gut arbeiten kann. So, aber das ist nicht alles, was ich tue. Was ich noch tue, ist zum Beispiel, dass ich sehr viel mit DNA zusammenarbeite, sowie dass ich Mitochondrien isoliere. Noch dazu arbeite ich sehr viel in der Zellkultur, wie man von der Astra zum Beispiel schon gehört hat. Und noch dazu helfe ich sehr oft bei unseren Dessertantinnen bei ihren Projekten mit, wie man zum Beispiel bei der Fabienne dann in ihrem Video sehen kann.